die jahre und hallo und herzlich willkommen zu rocker auf zu flossen zahlreich spaß wo kraft 3 und ich glaube ich kenne war nicht die wir waren es mal stehen wir wo wir die Oxen in den Arsch getreten haben und wir holen jetzt erst mal Gott ich meine Gottmiede das Licht wir können jetzt nichts machen hier kann ich ein Turm machen wenn ihr angreifen die Arschlöcher es ist mehr Holz nachvollziehen ist mehr Holz erforderlich ja was ist erst mal ein hier bestätigt und ich glaube ich kann keine Kräger machen habe ich dir ja okay der ist ein bisschen stark der Arsch ob das für die Sonne nicht sagen doch das wollte ich ich bin ein bisschen aufgeregt nein das bin ich nicht bereit zu holen ein Chip spürt meinen Tod tot für meinen Vater den König ja mein Lord äh was ich hoffe der kann das hier bauen ich geh doch mal wohin denn wart ich stehe für das Licht abgestoßen statt wird belagert jetzt gibt es keine Rettung mehr das nächste die Arzt ja genau so fährisch schwein so ein Schwein okay das geht ja relativ flott ablande mehr gespielt ist von daher das Licht ist der Schluck auf oder was ich hab kein solider Plan ich bin größt werden ja wollt ihr an unserer Jagd teilnehmen was ja jetzt werde denn in dieser Gegend wir jagen Schwarz drachen man sagt dass drachen können Waffen mit Feuerzaubern versehen ich bin sicher meine Kameraden ich glaube der Schwerder also wenn ihr sie findet die Feuerzauber die ihr sucht könnten nützlich sein die Bestie die verjagen heißt Cerinox mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance ja geil ich glaube ich hab jetzt irgendwas an boooop hohohohoho ja besteht etwa Gefahr muss ich jetzt da ich stehe für das Licht Soldaten ausgebildet ich kann ja gar was ich konnte so ich muss ein 1 1 1 ja 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 mein doch bewohner war ich jetzt mal hier ein paar errichtet mehr Hilfe verarschen so ich glaube das wird ein langer Pott ich glaube zur Hälfte höre ich gerade auf ich glaube das eine habe ich so 6 Minuten aufgenommen aber das war ja jetzt die Vorstellung das habe ich auch mal repariert erinnert mich voll an Super Mario dahin greifen doch auch noch die Orks an man eine Verbeugung ist nicht nötig für meinen Vater den König arbeite ich vollbrat 500 ich stehe für das Licht du stehst für das Licht ehrlich okay der kann heilen also von daher ist er eigentlich gar nicht mehr so schlecht will ich auch verarschend ist halt schlimm errichtet mehr Hilfe hä ich hab doch schon gebaut du Affe müsst ihr mich verarschen so kann ich jetzt du Hund ich freue mich hier gerade richtig verarscht aus irgendeinem Grund ich lebe vor die Schweiz ich weiß gar nicht warum Arbeit ist vollbracht Arbeit ist vollbracht es ist mehr Gold erforderlich verarschend ja genau erzählt das Licht das Licht ist meine Stärke das Licht ist wirklich seine Stärke wisst ihr das? ja mein Lord ich geh dann mal schon zwei Dorfbewohner leben ja krass was ist ich sehe jetzt nicht die geiften Augen geraden und unsichert ich stehe für das Licht kraft den bescheuerten Drachen oder was tötet ihr jetzt erstmal die Orks was denkt ihr für die Ehre ja natürlich es wird so ein solider Plan ja natürlich haha ein solider Plan ich weiß nicht ob dir das jetzt gehört habe ich hoffe nicht sind da oh jetzt wird gerichtet da sind doch ein paar Orks unsere Streitkräfte werden angegriffen bleibt ruhig aber das Angriff bloß keine hier die Arschliche andere jetzt werden noch mehr und diesen eigentlich gar nicht quasi schlecht natürlich ist ja auch was ich schätze mal ja für die Ehre kann ich sein so was ich hatte egal ein aber ich grieve davon es ja der Zielort sind jetzt viel stärker für das Licht oder Trunk ich hab keinen Bock auf ich mach das hier mal heißt hier besteht etwas mehr Rüstung auf drei ja ich bin euer Schütze ach da ok ich bin voll schon so hoch du ich stehe für das Licht das war ich mal hier immer kaputt jetzt gibt's keine Rettung mehr unsere Stadt wird verlagert die Stadt wird verlagert eine Verbeugung ist nicht nötig ich verkacke für meinen Vater den König unsere Streitkräfte werden angegriffen ein solider anhand scheiße bitte sterbt jetzt nicht ich rede zu wenig das ist mein ganzes Ziel die Ochsen drücken heilig es ist schwer nach scheiße ich stehe für das Licht natürlich eher hoffte mal ein solider so an die ich heiß Morlox ich stehe für das Licht und echte mein Geld er macht so höllische Spar Hörstiel in der Kärle jeden ich stehe für das Licht wie kann ich nur durch Orcs aufsteigen schätze eine Verbeugung aber danach meinte Musikbarkeit ich weiß gar nicht wofür ich das brauch aber natürlich kann er nicht von uns ich stehe für das Licht okay dann ist es schon gehört etwa gefahrt schon drei vierzig Jahren treu ich hätte die Ehre glaube keiner ist gestorben hoffentlich wenn ja dann bin ich voller Marsch ein solider Plan kann ich jetzt schon sechs ich kann sechs machen ich stehe für das Licht für die Ehre dann laufe ich mal hier lang und da kommt schon scheiß Orcs und das ist Orc Lagerhorsch jetzt wird gerichtet für die Ehre tot ein solider Plan tot doch nicht für die Ehre natürlich ich erst mal hier so ein scheiß Mahlertrank ich glaube ich stehe für das Licht nein doch nicht das eben bis in Hartus ich warte auf meine Kollegen was weiß was sie hier machen natürlich doch ich habe immer so lange Silberhund mein bester Freund ich kann es aber zulassen dass sie hier angreifen genau hier richtet mehr Hilfe wenn ich nur diesen Satz noch einmal heute höhere gehen wir so auf die Eier jetzt auch mal schneller schneller durch Roppelhasen gut kriege ich auch noch ein bisschen genug ne ungefähr so jede drei Sekunden warte eins zwei drei vier okay eine Sekunde nachher bin ich gut Arbeit ist verbracht manchmal noch ein erst mal vorsichtshalber vorsichtshalber sägewerk rüstung erforschen nur noch ein nur noch ein nur noch ein das ist so richtig groß nicht gut passt es auch dann hoffe ich mal ob ich die Penner mal schaffe Stützpunkt ich weiß nicht was macht der denn da richtig eine Verbeugung ist nicht nötig für die Ehre was ist denn jetzt los törichter Paladin die Hexenmeister vom Blackrock Clan haben gesprochen bald wird es Dämonen vom Himmel regnen und diese jämmerliche Welt wird brennen ja ja dieses Gesülze ist mir nicht fremd ihr Orks werdet es nie lernen es war nur ein Spiegelbild was haben diese Feiglinge vor oh nein ich kann ihn jetzt killen möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen kranschens was ne nein tötet die Orks tötet die alle tötet sie alle ich stehe für sich wohl das find ich gut das licht ist meine Stärke tötet sie tötet sie tötet sie tötet sie so kauf ich greife nur diese Scheiß hier an und dann weil ich das hier noch ändert ja dann kann ich ja aufhören also dann kann ich was oh nein nein ich stehe für das Licht ein solider Plan was macht ihr hier ich stehe für das Licht natürlich ich sag jetzt auch mal ernst ich glaube als hast du zum Bösen ne ne echt ich glaube jetzt können wir erstmal keine Kringer machen Schach und matt er hat er hat immer ein Satz der BZV zu mithilfen oder so oder warum er ist er ist zum Glück steht ja noch keiner der wäre jetzt gefeuert hast du da noch muss ich jetzt hab's kapiert hab's kapiert ich glaube ich rede rede wahrscheinlich wieder zu leise und der Ort verpisst sich aus dem das ist mein Vater den König ach ja Athas Vater ist ja König von Heilbrune oder was ne das das war von Nick da habe ich mich jetzt glaube ich ihm irgendwie voll vertan und hier ist nix ein solider Plan glaube ich hier ist auch nix ne muss ich glaube ich hier lang gehen kein Bock hier jetzt alles zu zerstören und so und das ist doch scheiße lang darauf habe ich nämlich keinen Bock damit ihr es wisst natürlich ein solider Plan uch natürlich okay da lang auch natter natter ich guck immer oh 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 au besteht etwa Gefahr ein solider Plan elender Kerl für die ich glaube ich der ist auch gar nicht so stark kann ich ganz allein besiegen ich stehe für das spürt meinen Zorn ja scheiße verarschend das je nachmache ja geil bis jetzt ich glaube das habe ich jetzt oft gemacht gut gemacht Freund das war ein grandioser Sieg ja ich weiß nicht Uta diese Orks haben Dorfbewohner geopfert ich glaube sie wollten Dämonen beschwören ab Vertrauen Freund diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen wir haben ihre Dämonen vor lange Zeit gesiegt das ist voll interessant Leute gehen wir nach Hause es war ein anstrengender Tag ja so ich hoffe diese Part hat euch gefallen und ich hoffe auf ein Like ich hoffe auf ein Abo natürlich schaut auch beim nächsten Mal herein tschüss Leute bis zum nächsten Mal